Die Landwirtschaft ist eine der wichtigsten Produktionssäulen. Auch wenn es den Bauern im Durchschnitt ja vergleichsweise besser geht als anderen Gewerben, haben sie dennoch Sorgen. Denn ganz oben stehen die Folgen des Ukraine-Krieges mit der Verteuerung der Düngemittel und Energiepreise. Aber auch Ernteausfälle durch den Klimawandel oder politische Verordnungen belasten. Die dadurch entstehenden Mehrkosten müssen vor allem die Verbraucher an den Supermarktkassen tragen. Täglich versorgt Carsten Schnarkenberg seine 250 Kühe. Für deren Milch bekommt er momentan zwar einen guten Preis, dennoch macht sich der Bremer Landwirt Sorgen. Sein Ackerland wirtschaftlich zu betreiben, wird für ihn immer schwieriger. Der Pflanzenschutzeinsatz in den letzten zehn Jahren hat sich schon etwa um ein Drittel runtergegangen. Wir sollen aber noch weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und irgendwo kommen wir da an Grenzen, die nicht mehr realistisch sind. Aber nicht nur mögliche neue Auflagen beschäftigen die Landwirte. Der Ukraine-Krieg sorgt für hohe Energiepreise und teure Düngemittel. Mehr Kosten, die sie an den Verbraucher weitergeben. So mussten die Deutschen im November 21 Prozent mehr für Lebensmittel ausgeben als noch im letzten Jahr. Deutlich teurer wurden Speiseöl, Milchprodukte und Eier sowie Gemüse. Die Konsumlaune entsprechend getrübt. Im Moment wird mit dem Geldbeutel entschieden. Wir haben starke Zuwächse im Preiseinstiegssegment. Das heißt, günstige Ware wird eingekauft. Wir haben deutliche Rückgänge bei Tierwohlware, bei Bio-Ware. Und das belastet uns. Die Verbraucherzentrale rät, lieber zum saisonalen Gemüse greifen, das ist günstiger. Gerne auch vom Wochenmarkt, wo es teils weniger kostet als im Supermarkt. Unbedachtes Einkaufen ist für viele Geschichte. Wir gucken nach Angeboten. Man plant eher so ein bisschen mehr, weil dadurch hat man letztlich, kauft man nicht mehr so stark nach Genuss oder nach Lust. Ich kaufe so manche Sachen dann nicht mehr so oft. Landwirte wie Carsten Schnarkenberg macht diese Zurückhaltung unsicher. Ihm ist bewusst, dass auch der aktuell gute Milchpreis schnell wieder sinken kann. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wir sch bons igen. Wir sehen uns fünf behaviors. Das mit der Hubble, DM IoT wird даже eineineineineinein Bencheln weisfhone. Und con sozusagen die ótst intenieur, wenn man so öyse ist, sonst zwei variieren, wann man kob統at Nichol Noe we FOUND. ASSE emeriert sind ihre Zeit. Das ist die ein Teddykonigern, die wir geist. Und in Europa haben noch Fail schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020